Die meisten Menschen wissen schon was sie wollen, viele erreichen es aber nicht. Ein kleiner Teil von den Nicht-Erreichern ist verhindert durch Unannehmlichkeiten. Der große Teil der Nicht-Erreicher aber ist verlockt von Annehmlichkeiten. Wenn du aber in die Vergangenheit der sehr erfolgreichen schaust, dann siehst du kein Sofa, sondern Sprungbrett. Bis zum nächsten Mal.